Und schon geht es weiter mit der nächsten Folge zum Thema Terraform on Azure. Ganz herzlich willkommen! In der heutigen Session geht es darum, dass wir eine neue Datei anlegen mit dem Namen Outputs. Ich möchte, dass wenn eine Bereitstellung abgeschlossen ist, gewisse Informationen direkt angezeigt werden. Und dazu hilft uns die Datei Outputs.tf. Aber wissen Sie was? Lassen Sie uns gleich beginnen. Ich befinde mich hier in Visual Studio Code und ich habe die Datei geöffnet Main.tf. Wir haben gemeinsam schon zwei Ressourcen bereitgestellt. Unter anderem die Ressourcengruppe und ein virtuelles Netzwerk. Jetzt möchte ich mit der Datei arbeiten Outputs.tf, weil diese möchte ich dann auch stetig erweitern. Wir beginnen einmal mit der Ausgabe des Namens der Ressourcengruppe. Also lassen Sie uns beginnen. Zuerst einmal erstellen wir eine neue Datei. Die nennen wir Outputs.tf. Muss sie Outputs.tf heissen? Nein. Sie kann auch beispielsweise Joghurt.tf heissen. Spielt im Prinzip keine Rolle. Aber ich würde sagen, Outputs.tf ist da vielleicht etwas besser als den anderen Namen, den ich eben vorgeschlagen habe. Gut, es geht also um Informationen, die angezeigt werden sollen, wenn eine Bereitstellung abgeschlossen ist. Starten wir also mit Output. Output und dann geben wir den Namen an. Und jetzt verwenden wir hier ganz einfach wieder die Hilfe von Visual Studio Code. Ich möchte den Namen der Ressourcengruppe anzeigen. Also wähle ich hier aus Resource underscore Group underscore Name. Das ist einmal der Terraform spezifische Name. Jetzt arbeiten wir mit einem sogenannten Value. Und was ist der Value? Ganz einfach Azure. Jetzt richtig schreiben Azure. Und dann underscore Resource underscore Group. Die Ressourcengruppe TWRG. Und dann Punkt. Und vielleicht haben Sie es erraten. Ja, genau am Schluss Name. Wir wollen ja den Namen sehen von unserer Ressourcengruppe. Ctrl-S, um diese Datei zu speichern. Jetzt haben wir schon einen ersten Grundstein gelegt. Wir können diese Datei dann stetig erweitern. Beispielsweise möchten wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht die öffentliche IP-Adresse sehen von unserer virtuellen Maschine. Dann geben wir hier den entsprechenden Output ebenfalls an. So, die Vorbereitung ist getroffen. Jetzt geht es los. Wir können das Ganze überprüfen. Zuerst einmal starten wir den Terraform Workflow. Weil Sie sehen, die Formatierung ist wahrscheinlich nicht perfekt. Das heisst, wir verwenden Terraform. Kennen wir bereits. Und dann FMT. Und wird etwas angepasst? Nein. Also die Formatierung passt soweit. Perfekt. Dann verwenden wir Terraform Validate. Und die Validierung wird durchgeführt. Ebenfalls erfolgreich. Dann verwenden wir Terraform. und dann Plan, Abstand minus Out, Abstand Main.tf Plan. Es wird allerdings keine Veränderung geben, weil wir werden keine neuen Ressourcen bereitstellen. Überhaupt nicht. Es geht in diesem Beispiel wirklich nur darum, einen Output, also eine Ausgabe zu generieren. Jetzt warten wir, bis der Plan da ist, damit wir das gemeinsam erkunden können. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, weil Terraform muss jetzt neu die State-Datei untersuchen, die wir abgelegt haben, im Azure-Portal. Darum braucht es jetzt halt ein wenig Zeit. Und jetzt navigieren wir hier ein wenig nach oben und wir schauen uns den Inhalt an. Und schauen Sie mal, es gibt keine Erneuerung. Es wurde nur der State aktualisiert. Wir sehen hier Refreshing State. Das ist in Ordnung. Aber Changes to Outputs. Und was sehen wir dann? Aha, den Namen der Ressourcengruppe. tv-brot-rg. Wunderbar. Jetzt kann ich trotzdem hier Terraform-Apply verwenden. Das werde ich gleich schnell machen. Wir setzen das Ganze hier ein. Terraform-Apply-Main.tf-Plan. Es wird nichts angelegt. Es wird auch nichts entfernt. Es wird nichts aktualisiert. Das ist eben idempodent. Wenn wir nichts ändern, wird nichts gemacht. Wir können diesen Befehl hundertmal ausführen. Hat absolut keinen Impact auf die bestehenden Ressourcen. Aber wir haben jetzt eine Ausgabe erhalten. Wir sehen jetzt den Namen von unserer Ressourcengruppe. Und diese Outputs, die können auch immer wieder verwendet werden, wenn Sie beispielsweise mit Modulen arbeiten. Sie möchten die Ausgabe hier als Input in einem anderen Modul verwenden, können Sie das entsprechend so zusammenbauen. Also eine Art Abhängigkeit generieren, dass Sie die Outputs als Input in einem anderen Modul verwenden. Das ist wirklich sehr hilfreich. Sie haben nun gesehen, das hat bestens funktioniert. Wir können diese Datei stetig erweitern, dass wir dann unter anderem weitere Informationen ausgeben können, aber das zu gegebener Zeit. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie eine Ausgabe generieren können, wenn Sie beispielsweise mit Terraform-Plan oder mit Terraform-Apply arbeiten.